Also die tollste Erkenntnis, die im neuen Buch drinsteckt, ist, alles beginnt bei der Unternehmerpersönlichkeit. Und es ist nicht neu, das postulieren wir schon seit dem Weg zum erfolgreichen Unternehmer, aber es kommt dort nochmal so wahnsinnig klar raus. Und genau diese Botschaft, jetzt nochmal auf den Punkt gebracht im neuen Buch, Dein Wille geschehe, ist ganz, ganz zentral. Wenn wir verstehen, dass unser Unternehmen ein Spiegel unserer Persönlichkeit ist, jeder einzelne Unternehmer bei sich anfängt, werden wir viel nachhaltiger und viel tiefere Veränderungen in den Unternehmen haben, aber eben auch mit einer Nachhaltigkeit, nicht nur für den Unternehmer selbst, sondern auch für seine Mitarbeiter und Angestellten, für seine Teams. Und genau das kommt so wunderbar rüber mit all den Facetten. Wenn ich in einer Krise stecke, was habe ich für einen Status? Wie kann ich mich selbst sozusagen auch wieder in meinem Selbstwertgefühl aufrichten? All die Sachen bringt Stefan perfekt auf den Punkt. Und ich liebe dieses Buch mehr als die vorherigen, darf ich so sagen, weil es nochmal alles zentral genau auf die Persönlichkeit runterbricht. Und da fängt für mich alles an.